Ich hatte das Glück, vier Generationen Royal Family zu kochen. Also die Königin Mutter damals schon, die Königin, Prinz Charles, zwei, dreimal im Monat ab und zu. Und dann zwei Hochzeiten für William McKay und Harry Mugen. Eine ganz tolle Erfahrung. Er, Starkoch Anton Musimann, ist mit den Royals per Duo. Vier Jahrzehnte bekocht der Schweizer bereits das britische Königshaus und so lernt der 70-Jährige auch einst Prinzessin Diana kennen. Die damalige Frau an Prinz Charles Seite schneit damals ganz spontan mit ihren Söhnen William und Harry ins Restaurant Musimanns in der Hawken Street herein. Ich kam hierher mit der Prinz Diana, als sie damals fünf, sechs Jahre, sieben Jahre alt waren und habe für die Prinz Diana den Risotto gekocht, den famösen Musimann-Risotto und dann für die Kinder habe ich Pizza gemacht. Für die nicht ganz alltäglichen Gäste gibt es also dennoch ganz normales Essen. Im exklusiven Interview verrät Anton Musimann aber auch noch, dass er das Kennenlernen mit Diana damals sehr genossen hat und begeistert von ihrer besonderen Art war. Doch wie steht es um die Royal Minis? Kamen auch schon die Kinder von William und Kate in den Genuss einer italienischen Spezialität aus Schweizer Hand? Nein, noch nicht. Das ist noch auf der Liste. Das ist noch auf der Liste.